Hitradio FFH. Anke ist Tanke. Für mich noch einen Kaffee, Anke. Mit oder mit ohne Milch? Mit ohne. Stefan, bist du nicht mehr bei Facebook? Abgemeldet oder wie man heutzutage sagt, ich bin jetzt ein bedingt existenter. Wie schrecklich. Erstens kannte ich die meisten Karteileichen aus meiner Freundesliste im Analogleben gar nicht und zweitens konnten die meisten nicht lesen. Hä? In der Postingleiste fragt Facebook euch doch, was machst du gerade und nicht, was ist dein Problem? Ja, na. Oder wem haust du heute die digitale Schippe auf den Kopf, du hast zerfressener Shitstorm-Zombie? Ich sag nichts mehr. Einmal die vier und haben sie freies WLAN? Momentchen mal bitte. Stefan, bei mir saß gestern Abend ja ein Mann auf dem Sofa und hat gesagt, ich käme mit meinem Hintern nicht mehr aus Facebook raus und ich starre nur noch auf mein Handy und das Allerdreisteste war ja... Ja? Er hat behauptet, er ist mein Freund. Oh, was denn? Also unter den Deutschen ab 60 Jahren weist Facebook die höchste tägliche Nutzungsdauer auf. Ich verhalte mich bei Facebook wie eine Oma. Wie beim Preise machen in deiner Tanke. Hä? Da bist du nicht mehr ganz dicht. Ach, nach 37 Euro sammeln Sie Hasse-Röder-Punkte, haben Sie eine Hass-Ja-Card oder sind Sie im Gern-und-Hass-Knecht-Club? Nein. Dann tanke schön. Bitte schön. Ankes Tanke. Täglich in Guten Morgen Hessen. Bei Hitradio FFH.